Hallo, ich bin der Gerald Garms, ich bin Trainer am Wifi Steiermark und in diesem kurzen Videoclip erzähle ich Ihnen etwas über den Einsteigerkurs mein iPad und ich. Dieser Kurs findet an zahlreichen Wifi-Standorten in der ganzen Steiermark statt und dauert immer abends von 17 bis 22 Uhr. Nun, was lernen Sie in diesem kompakten Workshop? Wir schauen uns dabei das iPad schön von der Basis weg an. Ich zeige Ihnen unter anderem die wichtigsten Einstellungen. Wie verbinden Sie sich schnell und einfach per WLAN mit dem Internet? Wie nutzen Sie Bluetooth? Aktivieren Siri die Sprachsteuerung am iPad? Oder wie richten Sie schnell und einfach einen Mail-Account an und richten eine eigene Signatur auf dem iPad für Ihre E-Mails ein? Neben den wichtigsten Einstellungen widmen wir uns natürlich auch noch einigen bedeutenden Programmen, wie zum Beispiel Safari. Ich zeige Ihnen, wie Sie schnell und einfach durchs Internet surfen und Sie dürfen sich auf zahlreiche Tipps und Tricks dabei freuen. Außerdem widmen wir uns dem Programm Mail. Sie erfahren, wie Sie schnell und einfach eine E-Mail anlegen, diese schreiben oder sogar diktieren. Außerdem schauen wir uns auch noch einige weitere spannende Apps an, wie zum Beispiel die Kontakte, damit Sie Ihre Kontakte direkt auf dem iPad gespeichert und bestens geordnet haben. Wie Sie schnell und einfach einen neuen Termin auf Ihrem Kalender anlegen oder wie Sie auch mit der App Karten die Navigation starten können oder wunderschöne Orte auf der ganzen Welt besuchen können. Dank zahlreicher Tipps und Tricks lernen Sie, wie Sie Ihr iPad schnell, effizient und gewinnbringend nutzen können. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem der nächsten Mein-iPad-und-ich-Kurse am Wifi-Steinmark sehen und wünsche Ihnen bis dahin noch viel Spaß und Erfolg mit Ihrem iPad und iPhone. Ihr Trainer Gerald Gams